Norddeutscher Rundfunk Jeder kommt hier als junger Athlet, als junge Athletin herein und hat ganz klare Vorstellungen. Sie wollen nämlich alle Olympiasieger, Weltmeister, zumindest im Weltcup erfolgreich realisieren. Wir begleiten dabei. Wir können nichts versprechen, aber eines braucht es unbedingt. Und zwar einen eisernen Willen. Sie müssen jetzt anfangen, ein Rennen zu fahren. Sie müssen eine Gaudi haben am Rennen. Und Sie müssen beim Rennen einfach brachial reintreten. Ich bin nicht hier rausgefahren. Eine Sekunde. Nein. Das Problem ist einfach, dass halt andere Nationen schlafen halt nicht. Wenn im Glas nichts mehr rein ist, ist es nichts mehr rein. Da läuft jetzt immer alles los. Und? 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 Vielleicht muss ich nach dem Skifahrer gerne mehr schaffen. Mhm. Vielleicht habe ich zwanzig Kugeln nachher am stehen. Und vielleicht eine Kahnzieger. Ja. 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 Ja.